Für mich coole Karten. Baku mit 81 fairer Zweikampf. Ja, lass ich mal noch ein bisschen gelten. Wirklich in meinen Augen grenzwertig. Der ist cool. Angelino ist lost, der 82 Sprintspeed. Da kann ich auch einfach mit Wendel weiterhin spielen. André Silvers leider lost. Den finde ich cool, das ist eine Karte. Müller finde ich cool. Goretzka finde ich cool. Lewandowski mit 5-Star-Wigfoot. Haben sich zumindest mal was überlegt. Kimmich ist noch ganz nett. Sancho ist natürlich eine gute Karte. Aber schwierig. Coman war nicht mal im Voting. Wirklich nicht.